Endlich wieder mobil sein und die Freiheit genießen. Mit dem Freedom Chair, dem faltbaren Elektrorollstuhl. Den Freedom Chair können Sie einfach mit jedem Auto transportieren. Mit nur 23 Kilogramm ist er ein Leichtgewicht seiner Klasse. In nur einer Sekunde auseinandergeklappt und mit einem Handgriff fixiert. Der Freedom Chair ist fahrbereit. Sogar das Einsteigen wird Ihnen richtig leicht gemacht. Und wendig ist er wie kein anderer. Auf los geht's los! So macht das Leben wieder richtig Spass. 6 Stundenkilometer ist der Freedom Chair schnell. Und bis zu 15 Kilometer weit können Sie mit nur einem Akku fahren. Selbst unebene Flächen bewältigt der Freedom Chair ganz einfach. Tja, so können Sie endlich wieder unterwegs sein und Ihre Freiheit genießen. Und kein anderer Elektrorollstuhl ist so leicht wieder zusammengeklappt. Und verstaut. Freedom Chair, der faltbare Elektrorollstuhl. Für all jene, die das Leben genießen wollen.